Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Du übst die Personalpronomen. Du übst den Dativ. Du übst den Plural. Entspanne dich und höre zu. Wir mögen die Berge. Die Berge gefallen uns. Wir uns. Du fragst nach dem Dativ mit wem. Wem gefallen die Berge? Uns gefallen die Berge. Ihr mögt Panama. Panama gefällt euch. Ihr euch. Wem gefällt Panama? Euch gefällt Panama. Klaus und Dagmar mögen Tennis. Sie mögen Tennis. Ihnen gefällt Tennis. Sie, Ihnen. Wen gefällt Tennis? Ihnen gefällt Tennis. Sie mögen Urlaub, Frau Müller. Ihnen gefällt Urlaub. Sie, Ihnen. Wem gefällt Urlaub? Ihnen gefällt Urlaub. Wir wiederholen. Wir, unser. Ihr, euch. Sie, Ihnen. Sie, Ihnen. Das war's zu den Personalpronomen. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.babelia.us. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.